... oder wie der Ort heißt, an der Küste. Ich schwenke mal die Kamera etwas auf den Strand. So, und jetzt lasse ich sie mal laufen und dann nehmen wir mal so ein paar Eindrücke von dieser tollen Straße hier mit. Die schönsten Sachen habe ich jetzt nicht mitgeschnitten. Das waren also teilweise richtige Gebärtsstrecken. Hohen Rücken, Tunnel, alles da, was der Papa nicht braucht, gell? Ja, oben am Berg krabbelt die Autofista Siebenland. Ja, Spanien ist ein sehr bergiges Land, muss ich feststellen. Hätte ich so gar nicht erwartet. Doch. So, so... So, so ... So, so, so. So, so ... So, so ... Das war's für heute. So, das ist ja mal ein schöner Blick aus dem Meer. Wir fahren weiter Richtung Almeria, zerfetzte Gewächshäuser, hier gehen die Folienhäuser bis an den Strand und wir fahren wieder bergauf, wie es aussieht. Es geht wieder ins Gebirge. Es geht wieder ins Gebirge. Da schnauft die Lotte ganz schön. Ja, wir würden beide nicht so wirklich in die Berge, wir flachladen nicht. Ein Geräusch. Ich lasse die Kamera mal ein bisschen mitlaufen. Der ein oder andere Reisemobilist wird sicherlich sagen, naja, so sieht es in Norwegen auch aus. Ja, an manchen Stellen schon. Nur die Temperatur ist in Norwegen nicht so schön. So, ein 270 Meter langer Tunnel kommt. Punta de la Mona. Na gut. Ich glaube, wir sollen die Sonnenbrille auflassen.